Musik Moin Leute, Defiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, willkommen zum weiteren Real Talk mit Defiler, in dem ich über aktuelle Themen aus WWW Classic spreche. Ja, ähm, heutiges Thema, ähm, Streamer-Server, ja, äh, die berüchtigten Streamer-Server, die kommen werden und auf denen das komplette Chaos ausbrechen wird und wo man nicht mehr normal spielen kann und so weiter, ja, viele regen sich momentan darüber auf, haben irgendwie Sorge, dass dann irgendwie das, äh, Classic-Feeling nicht mehr möglich sein wird und so weiter auf diesen Servern und ich möchte heute, äh, da ich ja auch selber auf Twitch streame, da mal ein bisschen drüber sprechen und, ähm, ich bin jetzt kein mega großer Streamer in dem Sinne, ja, sondern auch relativ in in den Anfängen eigentlich und, ähm, kann, glaube ich, deshalb auch beide Seiten relativ gut verstehen, ja, ähm, wir fangen vielleicht erstmal mit der Seite der, ähm, ja, normalen Spieler an einfach, ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass wenn man als normaler Spieler WWW Classic spielen will und vielleicht auch einen WW Veteran ist, also 2005 auch schon gespielt hat, dass man einfach, ähm, in WWW Classic seine Ruhe haben möchte. Ja, ja, man möchte nicht mit irgendwelchen komischen, äh, äh, Internet, äh, Berühmtheiten auf einem Server spielen, also im ersten Gedankengang auf jeden Fall, äh, weil man dann irgendwie denkt, das wird irgendwelche negativen, ähm, Auswirkungen haben aufs Gameplay und, ähm, man möchte einfach sich seine Classic-Erfahrung, auf die ich und auch viele andere viele Jahre gewartet haben, ja, also viele haben da ja wirklich sehr, sehr lange drauf gewartet, man möchte sie sich, ähm, dadurch nicht versauen lassen einfach, ja, und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Auf der anderen Seite wiederum muss man auch die, ähm, prima, finde ich, verstehen, oder sollte man sie zumindest, äh, verstehen, denn die wollen ja auch einfach nur das Spiel spielen, ja, und, ähm, viele von denen verdienen ihr Geld damit, ja, viele machen es Fulltime, und, äh, viele von denen sind einfach absolute auch WWW Classic, ähm, Fanatiker, ja, wie ich jetzt zum Beispiel auch, und die haben einfach Bock drauf, und die möchten das Game halt einfach auch spielen. Ja, ja, wenn man wirklich nur sie persönlich betrachtet, dann kann man es ja auch irgendwie auch verstehen, finde ich, was sie das Game spielen wollen, ja, aber natürlich haben sie Zuschauer, ja, und die Zuschauer haben natürlich auch, ähm, ja, äh, in so einem Spiel wie WWW Classic natürlich auch die Möglichkeit, ingame mit ihren, äh, Streamern quasi zu interagieren, ja, also ihnen zu folgen, sie zu snipen, zu ganken, wie auch immer, das hat ja auch alles Vor- und Nachteile für den Streamer an sich. Ähm, man muss aber generell, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen, ja, ja, differenzieren oder Aufklärung auch betreiben, ähm, was ein Streamer überhaupt, ähm, bewirken kann, ingame am Ende, ja, denn es gibt einen himmelweiten Unterschied, ob ich ein Defiler bin, ja, der ingame irgendwo rumrennt, ob ich ein Stevinio oder Barlow bin, der ingame rumrennt, oder ob ich ein Asmongold oder Poppin bin, der ingame rumrennt, ja, alle drei Kategorien sind prima, mehr oder weniger, ja, aber alles hat völlig verschiedene Auswirkungen aufs ingame Gameplay-Gefühl von anderen Leuten, ja, wenn ich ingame gehen werde, ja, und das wird sich wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht mega fett ändern, denke ich jetzt einfach mal, dann kann es mal vorkommen, dass da zwei, drei Leute kommen, die mich ganken, ja, vielleicht auch mal vier, fünf Leute, die mich irgendwie supporten wollen, die mir irgendwie helfen wollen, keine Ahnung, ja, ähm, es wird aber auch oft vorkommen, dass einfach gar keiner kommt und ich einfach in Ruhe mein Ding machen werde, ja, da werde ich jetzt einfach momentan mit meiner aktuellen Reichweite von ausgehen, ja. Wenn ein Barlow oder ein Stevinio da rumrennt, ähm, dann kann das öfter mal vorkommen, dass da vielleicht auch mal zehn Leute vorbeischauen, ja, äh, die dann vielleicht auch friedlich sind oder irgendwie auch die ganken oder Duelle machen wollen oder wie auch immer, einfach nur rumeiern, ähm, ja, kann vorkommen, klar. Kommt aber auch jetzt im normalen WoW-Gameplay irgendwie auch mal vor, so eine kleine Ansammlung von Spielern irgendwie, zehn Leute ist jetzt nichts so mega Besonderes irgendwie in einem Fleck, ähm, wenn aber dann quasi in den Solar Poppin oder Asmongold rumrennt, ja, dann kann es sein, okay, dass dann vielleicht da echt konstant 30, 40 Leute, ja, vielleicht sogar noch mehr hinter ihm herrennen, ihn ganken wollen, ihn beschützen wollen, wie auch immer, ja. Und das hat dann wirklich schon auch natürlich, ja, deutlich gravierendere Auswirkungen aufs Gameplay, denn es ist halt einfach, äh, eine Abnormalität, mehr oder weniger, dass jemand durch, äh, Stranglison rumrennt mit einer 30-Mann-Armee im Rücken. Auf jeden Fall, das kann ich dann schon wieder verstehen, ja. Ähm, aber deswegen muss man einfach generell schon mal betrachten, wie viele Streamer gibt es überhaupt mit der Reichweite von Asmongold oder Soda Poppin, ja. Da gibt es nicht wirklich mega viele, ja, ähm, S-Fund wird vielleicht auch nochmal so groß irgendwie, ähm, wie gesagt, äh, einige andere, die jetzt auch nicht so viel WoW-Klassik gebracht haben, die dann vielleicht switchen, ich glaube, Lyric wollte auch anfangen und Summit irgendwie, aber Leute, so mega viele gibt es da eigentlich gar nicht, ja, und deswegen, äh, im deutschen Bereich, will ich deswegen an der Stelle auch direkt schon mal Entwarnung geben, äh, gerade im deutschen Bereich gibt es eigentlich keine, die da direkt mit 30, 40.000, äh, Viewern irgendwie ankommen werden und euren deutschen, ähm, Server da irgendwie einnehmen werden, ja, also da braucht ihr euch eigentlich gar keine Gedanken machen, äh, äh, diese Bedenken sind eigentlich wirklich eher auf den, ähm, ja, amerikanischen Servern wirklich, ähm, am Start, ja, oder da kann man es dann wirklich auch nachvollziehen, oder vielleicht noch ein bisschen auf den europäischen Servern, dann eventuell auch einige größere, aber so mega große, die dann auch direkt eine Community haben, wo auch viele WoW-Klassik spielen, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ja, wenn zum Beispiel ein Ungel oder eine Hand of Blood-Klassik spielen werden, dann glaube ich auch nicht, dass da direkt ingame auch mega viele Leute sind, die dann irgendwie zu diesen Streamern oder YouTubern oder wie auch immer hingehen werden, weil die nicht zwangsläufig auch eine Community haben, die so richtig fett auf WoW-Fokussiert sind irgendwie, also Ungel zum Beispiel gucken viele auch einfach nur für Reaction-Videos und so weiter halt, ne, ähm, deswegen glaube ich, äh, das Problem ist wirklich nur bei einigen gigantischen Streamern, die auch wirklich dann auch eine Hardcore-WoW-Community haben und da ist einfach halt, äh, das Paradebeispiel einfach nur Asmongold, ja, also auf dem Server, bei dem Typen, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall die Party abgehen wird, ähm, aber wie gesagt, das natürlich auch wieder nicht unbedingt, also klar, wenn man da gar keinen Bock drauf hat, dann ja, verstehe ich, aber kann auch seine Vorteile haben, ne, wenn man da so einen richtig kranken Server hat, wo gestern Tag irgendwelche Massenschlachten sind, einfach nur, weil die Streamer mit ihren verschiedenen Gangster irgendwie rumrennen und sich bekriegen, ich meine, letztendlich, äh, so diese richtig fetten World-Pvp-Kämpfe fand ich gefühlt, gab's immer zu wenig in WoW, ja, klar, da wurde manchmal was organisiert von irgendwelchen RP-Gilden, die sich dann vielleicht mal auf einem PvP-Server verlaufen hatten, aber so mega viel ging da auch nicht, ja, die Leute haben überwiegend geradet und, ähm, BG gemacht, irgendwie, und von daher freue ich mich da, also, oder finde es interessant, auch dann mal solche Servers vielleicht auch zu beobachten, ja, ich muss nicht unbedingt selber darauf spielen, ja, kann ich auch verstehen, wie gesagt, auf diese Hardcore-Anomalien vielleicht auch viele keinen Bock haben, aber interessant finde ich's auf jeden Fall, ja, also soviel zu dem Thema. Jetzt aber nochmal zurück zum deutschen Bereich, wie gesagt, es gibt im deutschen Bereich, finde ich, jetzt nicht so mega viele, die wirklich eine gigantische Hardcore-WOW-Community haben, es gibt einige, die ein paar mehr Viewer auch direkt von Anfang an haben werden, wie gesagt, Barlow, denke ich mal auf jeden Fall, Stevinio eventuell auch, wenn er noch ein bisschen regelmäßiger live geht, und, ähm, selbst auf diesen Servern, glaube ich, wird sich das nicht irgendwie mega negativ oder so auf die Community oder auf das Classic-Feeling auswirken, also, ich meine, ihr müsst euch überlegen, diese Streamer, die sind ja auch keine bösen Leute, die irgendwie euch Böses wollen oder so, sondern die wollen ja auch einfach nur eigentlich das Spiel spielen, und eigentlich so was Positives bewegen eigentlich noch, ne, also Streamer organisieren ja auch, ähm, coole World-Pvp-Events, vielleicht mal Duell-Turniere und so weiter, ähm, ich meine, Stevinio hat ja auch früher in der WoW-Nacht viele Community-Events schon gemacht, und ist doch eigentlich eine coole Geschichte, wenn man so jemanden auf seinem Server hat, und man dann eben auch bei diesen Events vielleicht sogar mitmachen kann, ja, ich finde, äh, ich finde einfach diese Leute, ja, nennen wir sie einfach mal Streamer, YouTuber, wie auch immer, ähm, die hauchen einfach diesen Server noch mehr Leben ein, ja, und es kann einfach eine Chance auch sein, um einfach eine noch geilere Classic-Erfahrung zu haben, ja, deswegen, äh, finde ich das auch gar nicht, dass man es so, äh, generell immer kritisch und negativ betrachten sollte, sondern dass es eben auch, ja, viele Möglichkeiten gibt und viele Entwicklungen eventuell so kommen können, die dann halt einfach positiv sind und eben nicht schlecht, ja, ähm, von daher hoffe ich, dass ich euch mit dem heutigen Video so ein bisschen, ja, das Thema Streamer-Server nähergebracht habe und vielleicht auch gerade im deutschen Bereich euch so ein bisschen die Ängste genommen habe, weil ich glaube, viele hören immer nur so Streamer-Server und ja, da will ich nicht mitmachen und so weiter, äh, die einzige wirklich hardcore-negative Auswirkung, wie gesagt, werden diese gigantischen WoW-Classic-Streamer wie Asmongold halt einfach sein, ähm, mit denen haben wir aber eh nichts am Hut, ja, und auf diesen Servern wird es dann vielleicht vereinzelt immer mal wieder zu Warteschlangen kommen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, im deutschen und auch im europäischen Bereich, glaube ich, können wir uns auf eine relativ chillige Atmosphäre einstellen, da werden keine Streamer irgendwie euer Gameplay versauen, ja. Joa, ähm, Ähm, soviel dazu, Leute, ja. Ich hoffe, ihr versteht meine Meinung und ich bin mega gespannt, Leute, auf eure Meinung, schreibt mir sehr, sehr gerne und das Video eure Meinung zu dem Thema. Ich werde jede Frage beantworten, auf jede Frage eingehen, lasst uns da gerne austauschen. Was sind eure Meinungen zu den Streamer-Servern? Findet ihr es auch potenziell eher nicht so geil, ja, oder denkt ihr auch eher so wie ich, dass es einen positiven Einfluss auf die Community haben wird? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Ja, dafür mache ich den Real Talk hier, wirklich auch die Themen gemeinsam besprechen und dass ich dann vielleicht auch in den nächsten Videos auf eure Kommentare wieder eingehen kann, ja. Das finde ich auch immer cool. Wenn man vielleicht irgendwie noch was vergessen hat oder noch eine Ergänzung von euch kommt, dann kann ich da im nächsten Video auch wieder drauf eingehen, ja. Genau, also gerne Kommentare unten rein, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht wieder in den Real Talk, ja. Mal gucken. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.